ja für 16 ist ganz schön krass das stimmt wohl entkommen sie aus dem labor wow scheiße mann fack aber ich dachte wir können da raus aber da geht es ja nur ins weltall da wäre totenstille ok aber gut dass wir gespeichert haben das war schon von vorteil dass wir da den safe punkt hatten somit brauchen wir gleich nur das pult aktivieren oh mein gott spielung ist echt super danke für den tipp ja nicht zu danken wie gesagt kann man echt gut spielen nur ist bei mir ist an einigen stellen sehr sehr frustrierend geworden ich hoffe ich hoffe bei dir nicht machen wir auf jeden fall el marco der ganze look und alles ist echt cool gemacht also wie gesagt toll das glaube ich dann ist es glaube ich dass das und das sowas mag ich ja was 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 wie bekommt man das ding kann vom hals indem man einfach irgendwo in der ecke liegen bleibt und darauf hofft dass es weg geht es läuft da hinten definitiv wie sie es war macht doch kein licht an bist du bescheuert ich werde mal eben ein medikit herstellen wir haben ja kurz die zeit dafür und ich werde ein mp eine mp-mine können wir endlich erstellen wunderbar darauf haben wir lange gewartet gott sei dank für die für die bots und ich werde ein medikit mal eben nehmen ich hoffe es kommt jetzt nicht ich hoffe es kommt nicht müssen auf jeden fall hier verschwinden so schnell wie möglich verhalten sie sich ruhig ja ich falte mich ruhig boah das sieht so geil aus das ist einfach auch ich könnte echt nur ich kriege schon eine latte wo wo war das knapp war das knapp knapp hi patrick grüße dich willkommen zur let's play live show schön dass eingeschaltet dass meine freunde finden es toll wie du das macht rexbex hallo erst mal deine freundin und hallo an dich ihr seid nicht die einzigsten als pärchen die mir zu sind das habe ich schon von häufigeren leuten gehört die europäer hinzugucken ich finde es echt ich finde es echt krass und klasse wer alles zusieht es ist der wahnsinn ja ich hatte auch echt mal verdammt viele zuschauer auch über 200 waren es mal gewesen borbete nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht nein 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 was 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 wow wow what the fuck what the fuck Alter! Äh! Äh! Aua! Alter! Wir geben sich zur Luftschleuse. Okay. Wie es tut ihr Leid, Replay. Alter, ich mach dich fertig. Wow, 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 wow Äh Äh Spiel wird noch schlimmer, hab ich gehört, Flexi Ja, ähm, das Ende, Fragezeichen I don't know, ich weiß es nicht, auf jeden Fall Sollten wir vielleicht gleich nochmal speichern Dann brauchen wir das ganze Thema hier nicht nochmal machen Geschafft, ich sehe eine Spannungsspitze Ja, natürlich leide ich mit Das ist bei Daylight schon so gewesen Und bei Outlast war es schon so gewesen Und das wird bei Alien so sein Und das wird definitiv auch bei Evil Within so sein Ich, äh Deswegen gucken ja immer so viele bei mir zu Vielen, vielen Dank dafür nochmal Äh, das ist es, das ist es Das und das Du kannst ruhig sterben, ja Wow Oh, wow Wow, das Alien war schon da Mach den scheiß Schacht offen Ich hoffe wir laufen Ich hoffe wir laufen richtig Wann zockst evil Äh, schau einfach mal bei mir auf meinen YouTube Channel vorbei Es gibt ja eine kleine Überraschung Ja Schaut einfach mal da vorbei Auf meinen YouTube Channel Okay, wir wissen Die Tür geht zu Auf jeden Fall Alter, du bist wie hoch Mac LGS Dankeschön Das ist ja von mir gewohnt Genau, da seht ihr meinen YouTube Channel Und die Let's Play Live Show Wie gesagt, jeden Freitag, jeden Samstag Ab 20 Uhr Jetzt müssen wir mal gucken Wir müssen irgendwie die Luftschleuse erreichen Aber irgendwie wurden wir von dem Alien erwischt Äh Ja Hehe Äh Boah, ist das geil gemacht irgendwie Entschuldigung Dass ich immer wieder geil sage Äh Ich werde mal in den Ne, ich gehe doch nicht in den Schacht Ich gehe Da glaube ich Müssen wir irgendwas drücken Ich glaube ich werde mal eben da was drücken Oh, mach die Oh, mach die Tür auf Warten Sie bis der Druck Wow 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 Nein, 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 nein 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 Alter Was war das denn das erste Mal als Alien im Schacht Das gibt es doch nicht Alter, was ist das denn Ach du Scheiße Verdammt düster alles Auf jeden Fall Äh Mach ich doch immer Oh nein Der Schalter Wow lapse Nutter brennt Ups Ja, das hätte ich jetzt mal nicht gedacht, dass das Alien dann doch in den Schacht kommt Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg Nein! Scheiß, das Alien war schon da Egal, Prost zusammen Es passt auch in den Schacht, ja, auf jeden Fall Aber das ist doch so uns hinterherjagt Der Schacht war doch zu Naja, gut Ich glaub, Söckchen ist jetzt beruhigt, weil ich jetzt permanent sterbe Ne, jetzt hat Söckchen erstmal Ruhe Jetzt hat sie mich genug sterben sehen Willkommen zu Let's Play Live Show Alle anderen, an alle neuen Zuschauer auch vor allen Dingen, die da sind Die erstmal vielleicht zusehen Jetzt gibt ja immer wieder neue, das ist ja der Wahnsinn Wie gesagt, Let's Play Live Show jeden Freitag, Samstag, 20 Uhr einschalten Und meinen YouTube Channel Reflex GER Einfach mal vorbeischauen Die Viecher lernen dazu Ja Du musst einfach vor der Tür warten, bis offen ist Das ist ein guter, guter Tipp, Ranger Auf jeden Fall Äh, hallo? Das werde ich bestimmt nicht machen Äh, wo ist denn das E? Ach da Ich hab schon Hallos Ich hab Musik an, deswegen weiß ich nicht, was du sagst Oh, nein, 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 nein Nein, warum? Nein Bin schon voll Das ist schlecht Dass du schon voll bist Ich hab Bier leer, so Kacke, Mann Killermaschine, pack dich auch im Schacht Ähm Nein, Schalter betätigt So, also, nochmal von vorne Also, spawnt das Alien auch random Egal, wo man gerade ist Konzentration, definitiv Jetzt Konzentration Konzentration, Konzentration Ich wollte auch ein Dings, äh, übrigens erstellen Mal wieder Hatte ich ja, glaub ich Genau Wir haben ja die Zeit Hab ich ja ganz vergessen Mal eben zu Herzustellen Und eins nehmen Ein Medikit und ein, äh, eine EMP-Mine Das hatte ich ja total vergessen gehabt So, ähm Das hier Das hier Das hier Und das hier Sterben, sterben Das kannst du wie ein Pro Ich hab nie gesagt, dass ich ein Pro-Gamer bin Wer das behauptet, der ist selber schuld Frust macht sich breit Außer bei Reflex Ja, definitiv Wer mich kennt, der weiß Ich spiele Outlast auch nach einem Hunderttausendmal Überlebensmodus Damit hat hier alles angefangen Mit Überlebensmodus Wo ich, glaub ich Zigmal gestorben bin Und nach fünf bis sechs Tagen Hatte ich erst einmal den Überlebensmodus durch Und jeder andere hat den Controller in die Ecke geschmissen Aber nicht ich Aber nicht ich Wäre ja ohne Sterben langweilig Definitiv So, rum Wir müssen wieder da hinten zu der Tür jetzt, ne Ich riskiere es jetzt einfach mal Ja, Achtung Falten Sie sich ruhig Na, Abend, Rotnase Hehehehe Hartstiler ist ja schon Ein wenig Angeheitert Nennen wir es mal Oh, das Alien kommt Das Alien kommt Gut, dass wir im Schacht sind Ohne, dass er uns gesehen hat Prost zusammen an alle Boah, ist das geil Ey, das ist so Das Alien ist, glaub ich Genau bei uns, ne Kann das sein? Wo ist es denn? Ja, es läuft gerade da in die Richtung Das ist schon mal gut Weil dann können wir nämlich die Tür benutzen Brost zusammen Brost Ich trau mich gerade nicht Ich weiß nicht, warum Aber ich trau mich gerade nicht Aber es ist eh weiter weg, oder? Aber es hört sich so an Als wäre es näher Brost, Jungs Rambatz Ich grüße dich Willkommen zu Let's Play Live Show Schön, dass du das eingeschaltet hast Bei diesem schönen Freitagabend Man ist doch weg, geh hin Geh weg Geh doch weg Geh doch Hm So, jetzt ist es da hinten Jetzt probier ich es mit der Tür aus Egal So, komm, 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 komm Nein, nein, nein Nein Ja, ich habe ein wenig Angst Sau, Fefe Hm, lecker Ein schönes, leckeres Bananenweizen Könnte ich jetzt auch trinken Tritt das Vieh in den Hintern Ich werde es versuchen, wenn ich mal dazu komme Es hat Lust auf Bier Flexi kennt keine Angst Ja, hehehehe Hehehe Wo ist hier der nächste Schacht? Da ist der nächste Schacht Da werde ich auch direkt reingeben Es tut mir leid, Ripley Ich hau dir in die Schnauze, wenn ich dich treffe Oh, ist das dunkel Äh Gruß aus Metzingen Ja, schöne Grüße von Bottrop nach Metzingen Wo sind wir denn jetzt hier? Ach nein, oh 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 nein Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Mach den Schacht offen, mach den Schacht offen Wo war denn jetzt die fucking Tür? War das hier? Oh, das scheiß fucking Alien, das soll sich bloß verpissen Verkrümel dich, du scheiß Drecks Alien Ja, die Tür ist da Ruf den Predator um Hilfe Moment, ich ruf den mal eben an Predator? I need somebody to help me here Can you come here? I have a problem with the alien Bottrop ist nicht weit weg Okay Ja, ich hab Einen Flammenwerfer, aber Äh Ich bin ganz ehrlich, ich, äh Hehehe 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 Hallo Alien Das soll weggehen, das scheiß Vieh Nein, ich kann's leider nicht niederknüppeln Gummihammer Ja, 1984 Willkommen zur Let's Play Live Show Schön, dass du eingeschaltet hast Jeden Freitag, jeden Samstag 20 Uhr Let's Play Live Show einschalten Oder einfach Werbung in den Chat schreiben Dann siehst du Alles über mich, über meinen YouTube Channel und alles Brenn du Brenn du, Brenn du Sau 25%, na klasse, super Ich glaube, es kommt von links Ja, ich glaube, ja Alter, verzieh dich Oh, mach fertig Mach fertig Mach fertig Geh da rein Oh 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 Köder, du hast eine Trophäe erhalten. Was? Was? Mach fähig! Was? What the fuck? Da fliegen wir ins All. Und das war's gewesen mit Alien Isolation. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war's. Die Hunde machen wir heute voll. Auf jeden Fall. Voll sind wir alle schon. Hallo Salzburg. Schöne Grüße von Bottrop nach Salzburg. Open! Boah, ist das cool gemacht. Mein Gott. Ich bandian... Wat da fuch? Wat da fuch? Wat da fuch? Ja, mein Gott, Wahnsinn. Ist ja unglaublich. Ist ja unglaublich. Mein Gott, vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid in der Let's Play Live Show. Wie gesagt, einfach Werbung schreiben. Werbung in den Chat schreiben. Dann seht ihr meinen YouTube Channel. Und wann die Let's Play Live Show immer sendet. Immer Freitag und Samstag 20 Uhr. Und schön, dass ihr alle da seid. Jetzt den Waits ein über den Kopf ziehen. Definitiv. Den hau ich jetzt. Den knüppel ich so nieder, diesen Otto. Der Otto, der kriegt jetzt sowas von. Oh mein Gott. Ich hab ja mein, mein Werkzeug, den... Damit knüppel ich den Otto nieder. Mann. Hat was von Desperse 1 und von System Shock ein wenig. Wir bedanken uns für ihre Geduld. Naja. Ob ich die hatte, weiß ich nicht. So, umziehen. Puh. Dann wollen wir mal. Nehmen sie den Aufzug zu Solomons Galerie. Fick dich, Waits. Fick dich, Waits. Fick dich. Fick dich, Waits. Fick dich, Waits. Fick dich, Waits. Ich komme zurück ins Büro. Da können wir ihre Vorgehensweise genauer besprechen. Genau. Ende. Sie mieses Schwein. Mein Gott, dieser Waits. Dieser verdammte Drecksack. Dieser... Dieser... Okay, wir haben 22 Uhr. Dieser mieser Schlamperich. Der kriegt von uns sowas von auf den Deckel. Aber ich würde sagen, in einer weiteren Folge. Denn wir machen jetzt eine kleine Pause und sehen uns dann gleich hier jetzt gleich wieder. Denn für euch eine kleine Pepe- und Pupu-Pause, Raucherpause, Chips-Hol-Pause, Cola-Hol-Pause. Was steht denn da alles? Der Typ ist was für'n Arsch. I like you. Und, ähm, bin Deutscher. Awesome. Deutsch ist awesome. Ich bin Amerikaner. Hi, welcome. Äh, welcome to the Let's Play Live Show. My English is not very good. My German is not much better. We make a little break. Also, wir machen eine kleine Pause und dann geht's weiter durch diese Tür und dann schauen wir mal, was in der Caution uns hier so erwartet. Also, bis gleich. So, willkommen zurück zur Let's Play Live Show. Ähm, habe Vorbestell von Evil of Inters. schon bekommen oder wieso gibt's vereinzelt schon Streams davon gerade? Ja, wenn ich's vorbestellt hätte, hätte ich's wahrscheinlich auch schon hier. Also, natürlich kleine Händler schicken schon eher raus wie meine auch. Aber ich hab's mir ja nicht vorbestellt. Ich werd später spielen. Und wenn ihr auf YouTube geht, werdet ihr auch erfahren, eventuell wann, ja. Also, schaut euch den kleinen Teaser an, dann werdet ihr überrascht sein, wann das Ganze eventuell dann losgeht. So, ähm, wir spielen weiter. Hoppala. Schau nicht so verdutzt. Und schauen wir mal, ob wir jetzt das Alien los sind. Toll. Es geht also weiter, die Reise. Naja, super. Also dürft ihr jetzt hier auch nicht auftauchen auf dem Motion Tracker. Oh, da liegt was. Ein Bindemittel. Und den Ionen... Ne, den Plasmaschneider können wir hier benutzen. Und wir können hier rein. Ich geh mal hier kurz gucken, was hier ist. Oh. So, was haben wir hier? Ein Schreibtisch. Hm. Ich darf hier. So, äh... Oh, das ist geht.